Zerschließe nun deine Augen und konzentriere dich ganz auf dich selbst. Spüre, wie dein Atem in einem dir bequemen Rhythmus ein- und ausfließt und lasse dich, so wie es dir möglich ist, mit jedem Atemzug immer etwas tiefer in die Beruhigung hineinfallen. Entspanne dich einfach mit dem Wissen, dass wir jetzt zusammen etwas sehr Schönes machen und in dem Moment fühlst du Freude, Freude in dir auftauchen, denn schöne Dinge von Energie getragen sind genau das, was deine Seele so sehr liebt. Und so atme weiter und entspanne dich, so wie es sich gut für dich anfühlt. Und nun werde ich zuerst dein mentales und dein emotionales Feld von negativen Gedanken und Energien befreien. Dies geschieht mit der Kraft aus der Smarana-Energie und so fließt reinigende Energie durch dich hindurch. Dies geschieht ohne Worte und es geschieht wie von ganz allein. Lasse es zu, denn es geschieht ja zu deinem allerhöchsten Wohle und so werden negative Energien von dir getragen. Alles, was sich in deinem Gedankenfeld angesammelt hat und dir nicht dienlich ist, wird entfernt und alles, was du in deinem emotionalen Trichter als negative Energien gespeichert hast, meistens unbewusst gespeichert hast, all dies wird jetzt entfernt. Die Energien fließen so ab, wie es gut und richtig ist. Und du spürst, wie du jetzt in deine Mitte kommst. Und nun werde ich dich erden. Ich erde dich mit der Smarana-Energie. Eine gute Erdung ist sehr wichtig für die Fülle. Für das Gefühl, auf der Erde richtig zu sein. Und ganz bewusst deinen Weg zu gehen. Spüre, wie die Energie durch dich fließt. Und nun bitte ich dich, dich auf deine Räume, auf deine Wohnung, auf dein Haus, auf deine Räume zu konzentrieren. Gehe in Gedanken, deine Räume durch und suche dir einen Platz aus, der dir sofort einfällt, ohne dass du viel darüber nachdenken musst. Und dann setze dich oder lege dich in Gedanken an diesen Platz. Ich werde nun diesen Platz ebenfalls reinigen. Ich reinige ihn von allen unbewussten, sich dort befindenden Energien, welche dir hinderlich sind. Und es fließt direkt durch meinen Kanal, reinigende Energie, an deinen Lieblingsplatz, den du dir selbst ausgesucht hast. Und nun Sende ich Smarana-Energie zu diesem Platz. Ich lege dir eine heilende Kugel der Smarana-Energie genau auf diesen Platz und dehne diese Kugel so weit aus, dass du bequem darin Platz nehmen kannst. Egal, ob du sitzt, liegst oder stehst, die Kugel passt sich an. Und nun wird die Smarana-Energie dort einfließen. Nehme dir jetzt ein wenig Zeit und genieße die Energie, währenddessen sich die Smarana-Kugel immer mehr ausdehnt. Egal, ob du sitzt, liegst oder stehst, die Kugel immer mehr ausdehnt. Egal, ob du bist, liegst oder stehst, die Kugel immer mehr ausdehnt. Egal, ob du sitzt, liegst oder stehst, die Kugel immer mehr ausdehnt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dein Platz des Rückzugs, komplett mit dieser Energie Und ich bitte dich nun, die Worte der Dankbarkeit auszusprechen Bedanke dich bei dieser Smarana-Energie, denn sie fließt nun für dich Und bedanke dich bei dem Platz, dass dieser Platz entstehen durfte Und du ihn so oft du möchtest immer wieder aufsuchen kannst Genieße noch ein wenig diese Energie, denn dies ist der perfekte Ort, um dich immer wieder mit dieser Energie aufzuladen Dies ist der perfekte Ort, um sich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen Und dies ist auch der perfekte Ort, um ein Gebet zu sprechen Denn die Smarana-Energie leitet die Worte deines Gebetes besonders gut Und du spürst die Liebe Gottes, denn an diesem Platz ist dir Gott besonders nah Und so erinnere dich an die Nähe Gottes und fühle, wie sich die Energie anhebt Und du dich daran erinnerst, wie groß die Liebe und das Licht Gottes sind Nun werde ich die Smarana-Kugel an deinem Platz verankern, damit sie immer dort bleibt Damit diese Energie immer für dich zugänglich ist Es geschieht jetzt in diesem Moment Und so ist es geschehen Wir haben einen ganz besonderen Platz des Rückzuges für dich kreiert Es ist dein ganz persönlicher Platz Und nur du weißt, dass er sich an dieser einen Stelle befindet Und nur für dich wird er wirken, wenn du dich dorthin setzt Und den Fokus darauf lenkst Dann wird sich dieser Platz mit der Kugel aktivieren Für alle anderen Menschen, die dort sitzen, wird nichts geschehen Und so hast du ein wundervolles Geschenk bekommen Ein Geschenk Ganz persönlich für dich Und ich freue mich, dass du es ab jetzt immer genießen kannst Immer wenn du möchtest Die Energie wird niemals vergehen Sie wird immer da sein Ja und dann komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück Bis zum nächsten Mal